Alle noch seien, liebe Freunde, in diesem Video zeige ich euch den Inhalt von dem Selbstlernkurs Ägyptisch-Arabisch Sprechen lernen. Erstmal erkläre ich euch, wie ich den Kurs aufgebaut habe. Und du siehst hier zum Beispiel danach Lektionen wie Herzlich Willkommen, ein Wort, das Wort UND zum Beispiel. Es gibt Videos für die arabische Schrift, falls du den ägyptischen Dialekt mit den arabischen Buchstaben lernst. Wenn du den Dialekt nur mit den lateinischen Buchstaben lernst, kannst du die Videos für die Schrift einfach ignorieren. Und danach Salamu alaikum und guten Morgen. Ich bin Arzt, ich bin Sarah, die weibliche Form, ich bin Studentin, die vorkommende Adjektive. Und hier du siehst, das Adjektiv steht, oder ich habe hier mit den arabischen Buchstaben geschrieben, auch mit den lateinischen und die Übersetzung ist da. Und du findest auch ein Video, damit ich dir die Aussprache erklären kann. Und ein Wort, wie schnell heißt, Saria. Das Wort hat ja zum Beispiel einen Buchstaben, der Ein heißt. Dieses Ein ist besonders kompliziert. Dann in diesem Video gebe ich dir einfach Tipps, wie du zum Beispiel diese Wörter sagst. Und danach weiter die Personalpronomen, ich und du, die Adjektive mit den neuen Personalpronomen, der Artikel. Danach Vokabular im Hotel, Nomen plus Adjektive. Dann siehst du zum Beispiel hier alles mit Bildern. Dann kann man, hier sagt man zum Beispiel, das Badzimmer ist groß. Die Farben sind auch Adjektive. Dann lernt man einfach mit den Adjektiven weiter. Und dann geht weiter die Zahlen zum Beispiel. Mein Name ist Ahmad. Es gibt hier einen Text. Kann man hier in dem Text, kann man hier den Text lesen. Und ich erkläre alles mit einem Video. Und du findest auch eine Vokabularliste. Und kannst auch die Datei runterladen. Du findest auch hier Kommentare Optionen. Wenn du etwas nicht verstehst, schreib bitte mir einen Kommentar. Und dann antworte ich dir per Video. Du kannst dir vorstellen, du buchst einen Lehrer. Und du hast hier Fragen. Dann du wartest, bis du den Lehrer nochmal buchst. Aber hier nicht. Du kannst mir sagen, Ahmad, ich habe das nicht verstanden. Oder ich möchte etwas Besonderes verstehen. Dann mache ich für dich so extra Videos fertig. Dann wir machen die Kommunikation per Videos. Dann kannst du auch schneller und besser lernen. Und dann weiter geht es mit Tschüss und Gute Nacht. Weiter mit dem Personalpronomen Mein. Und dann geht die Wiederholung. Wie heißt du? Übungen. Die Possessivpronomen Mein zum Beispiel. Du findest hier eine Übung. Und die Übungen erkläre ich alles mit einem Video, ja. Hier Übung, die Familie. Auch alles so wird alles mit Videos, ne. Und das Verb haben. Du kannst Negation. Übung für das Verb haben. Du findest hier eine Übung. Und dann am Ende. Zum Beispiel findest du auch die neuen Wörter. Und hier erkläre ich alles per Video. Wie zum Beispiel du die richtigen Wörter einsetzt und so weiter. Das Video natürlich, oder der Kurs geht weiter, 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 weiter und wird immer größer und größer, ne. Du hast auch hier mein E-Book im Hotel. Dann kannst du auch Sachen lernen, wie ich suche, Zimmer und Bad, Frühstück, Tee mit Milch. Ich würde gerne das Zimmer zuerst sehen. Es gibt viele Sachen, können Sie mich bitte um sieben aufwirken. Und ja, und dann geht weiter, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und geht der Kurs weiter, weiter ein Taxi bestellen. Übung, wie heißt diese Zahl. Es gibt auch, ja, und alles so mit Audios und Videos. Und kann man Dateien runterladen, Kommentaroptionen. Du kannst auch darin nette Menschen kennenlernen, ja. Es ist ja Mitgliedsbereich und so weiter. Ja, das war für heute. Falls du auch den Kurs fertig bestellen möchtest, findest du die Links in dem Infobox unter dem Video. Shukran um Assalam.